Das November bzw. Dezember Community Update von Vivi ist draußen mit super wichtigen Informationen zu Payout, Krypto-Payen und so viel mehr. Deswegen, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Außerdem gab es hier auf jeden Fall weitere Informationen zu 12 Days auf Vivi, dem größten Giveaway, was Vivi jemals gemacht hat und es gab auch noch einen AirDrop. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Bleib auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende dabei. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi Oji mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute ganz schnell rein, denn es gibt super wichtige Themen in dem Community Update. So und ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle auch direkt rein ins Thema und wir können an dieser Stelle auch erstmal hier wieder mal David seinen Hintergrund analysieren und wo wir auch direkt schon was Spannendes sehen. Und zwar, ich würde das mal einfach hier ranzoomen. Und zwar sehen wir nämlich hier unten einen Coca-Cola Weihnachtsmann-Truck und er hat auch betont, dass wir sehr wahrscheinlich jetzt, bzw. dass wir sehr interessante Weihnachts-Collectables sehen werden, noch in den kommenden Tagen, also Drops. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auf diesen Drop freut oder nicht. Ich gehe sehr stark dafür aus, dass wir ihn sehen werden. Wir hatten schon letztes Jahr die Vermutung, aber ich denke, dieses Jahr ist es definitiv realistisch. Gehen wir aber nun auf die Themen ein, die wahrscheinlich euch am meisten interessieren, wie zum Beispiel das Merging von Accounts, das heißt Zusammenfügen von unterschiedlichen Accounts. Das wird in den nächsten Tagen für Beta-Tester freigeschaltet und wenn dort alles gut läuft, dann soll bis zum 19.12. das komplett released werden. Für MCP steht auch immer noch das Jahr 2022, also dieses Jahr im Fokus. Ob wir das Ganze jetzt wirklich dann für alle dieses Jahr noch sehen werden, das werden wir sehen. Man muss aber festhalten, die Phase 1 beinhaltet eigentlich nur das Anzeigen von Punkten und der Rangliste. Das heißt, wir haben hier nicht große Features mit drin. Es wird aber natürlich im Hintergrund schon sehr, sehr viel vorbereitet für die kommenden Phasen. Wenn wir dies aber tatsächlich noch dieses Jahr sehen sollten bis 19.12., weil ich gehe davon aus, dass danach das ganze Team auch mal in die Weihnachtsferien gehen wird und deswegen, wie ihr dann auch noch merken werdet, für relativ viele Projekte hier der 19.12. noch angepeilt ist dieses Jahr. Wenn das Ganze wirklich so kommen sollte, dann wird auch in 2023 wahrscheinlich schon in Q1 Phase 2 erscheinen. Der End meinte hier an dieser Stelle, dass es relativ anschließend hier auch released wird, die Phase 2. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall relativ bald auch schon mit Phase 2 rechnen, wenn wir Phase 1 haben. Wer noch Fragen zum MCP hat, ich werde euch unten einmal den Artikel verlinken, dann könnt ihr euch dort auf jeden Fall mal ausgiebig informieren. Was beinhaltet das Ganze? Was kommt denn da überhaupt auf uns zu? Und was beinhaltet zum Beispiel auch die Phase 2? Kommen wir nun zur Crypto Pay-In bzw. Crypto Pay-Out. Dort gibt es momentan auf jeden Fall schon die Beta-Tester, die das Ganze fleißig testen. Und es wurden auch schon insgesamt vier Fehler festgestellt, was mal wieder zeigt, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir diese Beta-Phasen haben. Nichtsdestotrotz wird auch hier auf jeden Fall der 19.12. angepeilt, um es dann für wirklich jeden zu releasen. Das heißt, ihr müsst ja auf jeden Fall auch nicht mehr lange warten. Auch bei der Whitelist gab es einige Fehler, wer nicht weiß, was ist die Whitelist? Die Whitelist ist das neue Drop-System. Das heißt, dass man in eine Queue geht und dann sozusagen dort random ein Collectible bekommt. Oder halt auch nicht. Da hat Dan aber gesagt, dass es wie gesagt einige Fehler gab. Sie auf jeden Fall daran arbeiten und wahrscheinlich es aber erst im nächsten Jahr kommen wird, weil hier einfach der Fokus noch dieses Jahr auf MCP liegt. Ansonsten kommen wir zu einer sehr erfreulichen Nachricht für alle Leute, die auch mal auszahlen wollen. Von 1000 Gems, was man eigentlich auszahlen musste, ist das Ganze jetzt zum Ende des Monats auf 500 Gems reduziert worden. Das heißt, ihr müsst nicht mehr 1000 Gems besitzen, um auszahlen zu können, sondern ihr müsst nur noch ein Minimum-Amount von 500 Gems haben. Was meiner Meinung nach ein sehr guter Schritt ist und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass hier auf jeden Fall das Ganze noch auf 250, vielleicht auch auf 100 Gems reduziert wird. David wie auch Dan meinten an dieser Stelle, dass es tatsächlich schon die ganze Zeit möglich war, aber es aus Gründen für den Payment Provider, das heißt dem, der das bereitstellt, einfach aus Rücksicht gemacht wurde, um diesen Provider nicht zu überlasten. Und hier lieber langsam anzufangen, beziehungsweise mit höheren Summen anzufangen, dass einfach weniger Leute auscachen, dass man einfach schaut, wie funktioniert das Ganze und kann man das Ganze dann auch wirklich runtersetzen und dass die ganze Firma dann nicht überlastet ist. Außerdem wird es in den kommenden Wochen beziehungsweise Monaten ein Panel geben, welches am Anfang jedenfalls einer bestimmten Gruppe von Usern erlaubt, bestimmtes Feedback zu geben. Zum Beispiel, was man zum Beispiel in das MTP-Programm noch mit einfügen sollte, ob dies oder das okay ist, dort kann auf jeden Fall die Community dann wirklich aktiv mitwirken. Das Ganze soll dann natürlich auch noch für jeden ausgerollt werden, aber am Anfang soll das erstmal auf eine Userzahl begrenzt werden. Dort haben sie jetzt keine konkreten Zahlen genannt. Ansonsten lag der Fokus natürlich aber nochmal auf das Jahr 2023. Das Jahr wird wahrscheinlich das Jahr des Fidgetal, beziehungsweise auch der Mass Adoption. Denn hier hat David gesagt, dass auf jeden Fall der Fokus auf Fidgetal, beziehungsweise physischen und auch digitalen Collectibles liegt, das heißt eine Kombination. Das heißt, wir werden auch die ersten physischen Collectibles hier richtig von Vivi sehen. Das wird sehr interessant und ich bin sehr gespannt, was wir da sehen werden. Wenn du auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben möchtest, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, dann bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Außerdem wird es sehr, sehr viele neue Lizenzen und auch Ankündigungen für den Massenmarkt geben. Erst recht wird es sehr viele große Lizenzen auf jeden Fall im Januar geben, die angekündigt werden. Das heißt, seid auf jeden Fall gespannt, was wir dort zu sehen bekommen. Ich denke mal, wir werden zwei bis drei mindestens sehr, sehr große Lizenzen bekommen. Aber was, da müssen wir uns auf jeden Fall gespannt halten. Ansonsten sind auch die Märkte wie Europa zum Beispiel jetzt auch im Visier von Vivi und sie versuchen, dort auf jeden Fall auch mehr Fuß zu fassen. Ansonsten wird es aber auch in Zukunft mehr Utility für Setholder geben. Wie das Ganze dann aussehen wird, das werden wir sehen. Ob das Ganze dann mit Airdrops belohnt wird oder auch nicht, das werden wir sehen. Aber sie haben wir auf jeden Fall hier betont für längere Setholder. Also nicht für jeden, der irgendwie mal einen Monat hier ein Set hält, sondern wahrscheinlich über ein Jahr. Was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Denn das beweist wirklich, dass man das Collectible auch mal halten kann und nicht nach zwei Tagen wieder flippen muss. Das war es auf jeden Fall an dieser Stelle hier mit dem Community Update. Jetzt springen wir nochmal rüber hier zu dem ganzen Giveaway, nämlich 12 Days of Vivi. Dafür werde ich euch unten den Link in die Beschreibung packen und dann kommt ihr nämlich auf diese Seite. Dort findet ihr im Prinzip alles, was ihr wissen müsst. Die Official Rules, das heißt ihr müsst zum Beispiel mindestens 18 Jahre alt sein und es gibt ja wie gesagt insgesamt 10 Gewinner pro Tag. Ihr werdet dann per E-Mail kontaktiert und das Ganze startet am 12. und geht bis zum 23. Dezember. Um dort mitzumachen, müsst ihr euch natürlich an dieser Stelle hier unten einmal eintragen mit eurem Namen, eurem Vivi-User-Name und natürlich eurer Vivi-Account-E-Mail. Das Ganze dann konfirmen und dann seid ihr auf jeden Fall im Pool drin und bekommt dann nur ausschließlich von dieser E-Mail hier überhaupt die Preisinformationen. Beziehungsweise wird dann wahrscheinlich auf euren Account geerdroppt. Die Preise werden unter anderem Ultras, Secretress, A Digital, Collectibles from Disney, Frank Kozik, Coca-Cola, Aston Martin, Terry McPherson, Universal und so viel mehr. Aber innerhalb von einem Prinzip wahrscheinlich die ganze Palette an Collectibles, die wir momentan haben. Dann gab es noch ein Airdrop und zwar nämlich für alle Setholder von Lincoln Design, beziehungsweise von dem letzten Set, was hier rausgebracht wurde, zu DesignerCon und es wurde für alle Decon Maskottchen, also der letzten Generation, hier auf jeden Fall noch eine Space Edition rausgebracht. So sieht das Ganze aus und das ist einmal der Airdrop von den Skateboards. Meiner Meinung nach sehr cool und kam an dieser Stelle auch wieder relativ unerwartet, aber nichtsdestotrotz trotzdem eine sehr coole Aktion. Und das war es an dieser Stelle mit dem ganzen Video. Hat dir das ganze Video gefallen, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Samstag und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.